So Leute und willkommen zurück zu The Herobrine Part 3 müsste das ja sein. Ja, Part 3, klar, es ist Part 3. Ähm, und ich kann direkt was sagen, es tut mir auch leid, es kam jetzt wirklich wenig, das lag aber auch nur daran, dass ich krank war und so halt. Aber falls ihr das alles wissen wollt, dann geht einfach mal auf das TroubleMineville-Video, Part 13 müsste das sein. So, und es geht direkt los, ich spiele jetzt The Herobrine, aber diesmal ohne diesen Sound, Alter, ich will sprinten, hallo, Sprinter, ich kann doch nicht sprinten. Also, ähm, diesmal ohne den Sound, zwar dass es jetzt irgendwie nicht geht, aber ist ja jetzt, glaube ich, nicht so schlimm, ah, jetzt kann man sprinten. Und mal gucken, wie ich mich diesmal schlage, ich hoffe, dass ich nicht so rumschreie wie in Part 1. So, bin noch ein bisschen angeschlagen von meinen Krankzonen, sag ich irgendwie noch in dem Part 14 von Hard TravelMineville, der kann aber erst Donnerstag, also muss da noch ein bisschen warten, ne, und also, das habe ich alles schon aufgenommen. Ah, da hinten geht es direkt ab. Gut, was ist das? Chemical Granite, Blinding Granite, die Chemical Granite, die ist bestimmt gut. Gut, mit der plätte ich alles, oha, es geht schon ab, es geht schon ab, es geht schon ab, oh mein Gott. Was mache ich hier eigentlich? Es wäre schlau, wenn ich bei meinem Team bleibe, denn im Team ist man immer stärker, das müsst ihr ja wissen, ne. Mehrere Leute, mehr, 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 besser. Ah ja, stimmt, die Shards, oh, bin ich doof, die Shards müssen wir hier einsammeln. Wie man sieht, habe ich, ich bin jetzt doch in der 1.5.1, weil die angeblich weniger leckt und so halt. Und wenn das da steht, dann glaube ich es natürlich auch. Oha. Ähm, da ist ZeroBrain. ZeroBrain. Stirb. Stirb mit Ü. Oh, er hat uns alle erwischt. Blinding Granite. Oh, 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 nein, nein. Fuck. Renn. 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 Alter, da sind richtig viele gestorben, Alter, ich muss jetzt richtig schnell wegrennen. EP. Meine. So. Bringt's gar nicht, aber egal. EP ist immer gut, auch wenn sie nix bringt. Also immer, immer mitnehmen, ne. Leute. So, weiter geht's. Weiter geht's hier. Wo ist er denn? Anna. Lass ihn in Ruhe. Da. Oh, 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 ich bin tot. Fuck, Alter, der macht aber echt massig. Damage, oder? Ja, klar macht er was nicht damage. Gut, das war halt ne, 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 viel zu kurze Runde und deswegen sehen wir uns gleich wieder, wenn es weiter geht. Tschüss. So, Leute, und gleich geht's schon weiter. Ich hab diesmal mal den Scout genommen, hier. So würde das überstehen. Gut. Und dann laufe ich jetzt mal hier lang und probier nochmal das Jump Run. Aber ich war sehr, wie ich gut finde. Und, und, und. Ah, sieht man schon, wie, 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 wie pro-like ich bin. Hüpfe ich immer so hin und hier und da. Und, oh, yeah. Ich bin runtergefallen. Geil. So, es geht los. Ich bin diesmal den Scout. Blade of Heroes. Und wieder auf der gleichen Map, auf dieses Forsake oder so, wie das auch immer hieß. Und diesmal kann ich direkt sprinten, was auch immer das eben war. Aber keiner konnte ja eben sprinten. Also, ja, ich weiß nicht. War das gerade hier, Ryan? War das? War das gerade hier, Ryan? Hier, Ryan? Ich laufe mal mit den Typen da hinterher, weil denn zu zweit ist es ja immer besser. Wie gesagt, im Team. Im Team. Cool Map. Cold. So. Meiner. Mein Schad. Ich will ihn. Ich will Punkte. Punkte geil. Punkte geil. Wird mir am Ende ja nix bringen, aber trotzdem. Ah, okay, da hat einer den. Wo denn? Da hinten. Beschützen. Beschützen. Ja genau, rennt ihr nur alle hinterher. Ah, siehste, guck mal, da kommt er schon. Der will das einfach nicht. Hab ich da getroffen? Hab ich nochmal getroffen? Oh, 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 oh. Ren. Ren. Nigger. Ah. Jetzt seh ich ihn. Und ich müsste meine Mods nochmal alle updateen, wenn man sieht, hab ich... Ach, guck mal hier. Ren nicht direkt. Oh nein. Nein, 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 ich bin vergiftet. Ich muss rennen. Ich muss rennen. Ich muss rennen. Ich schaff das. Mich kriegt er nicht. Mich kriegt er nicht. Mich kriegt er nicht. Versteck mich jetzt hier. Schieß einfach irgendwo hin. Vielleicht treffe ich ihn, ja? What the shooting, yeah? Nächstes Mal nehme ich auch einen Gast mit, weil... Alleine ist es ja immer etwas... Ne, nicht so viel gesabbelt und so. Weil ich merke auch irgendwie, dass es irgendwie besser zu... Mit... Mit einer anderen Person. Ich traue mich noch nicht raus. Obwohl ich... Lauf lieber zu meinen Teamkollegen. Das ist, glaube ich, dumm. Alleine. Bogen. Äh, Fall. Der hat mal mit. Äh, so. Du schaffst es. Genau, schießen wir... Schlagen wir ihn alle. Ha. Ha. Sehr schön. Wow. Effekte. Überschuss. Und so. For the win. Gut. Weiter geht's. Ah, da hinten ist er. Das habe ich genau gesehen. Vielleicht schaffe ich ja den letzten Schad so. Ein auf Hero mäßig. Und den letzten Schad so bringen. Warte. Muss ich mal den hier nehmen. Oh oh. Die IP ist immer gut. Bringt der Kompass überhaupt was? Ja, er bringt was. Er bringt was. Mein Schad. Mein Schad. Nein, mein Schad. Nein, meiner. Ah, er hat ihn schon. Schade. Gut, ich bin der Einzige, der ihn beschützt, oder was? Ne, da kommt noch einer. Komm, komm, komm. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Wir sind die Helden des... Äh... Eis und... Dingens. Gletschers. Gletschers. Ja. Gut. Ja, jetzt haben wir eigentlich so gut die wir gewonnen. Ich glaube, Hero Run versteckt sich jetzt schon. Was geht bei den Serial? Ja, er wird so verrecken. Er wird so sterben, Alter. Und? Hier, Ryan, ist ein... Yo, Human! Get him! Da. Direkt alle auf ihn raufgestürmt, ey. Aber der kann wirklich nicht mehr gewinnen, wenn er Human ist. Dann ist er allgemein auch viel verwundbarer. Und das ist halt nachteilhaft, ne? Warum stehen hier denn die zwei Blöcke? Zum Jump'n'Run? Oder was sonst? Naja. Gut, dann würde ich sagen, oder? Oder würde ich sagen? Würde ich sagen? Ja, ich würde sagen, das war's für heute. Und dann geht's nächste Woche weiter mit dem nächsten Part. See you, Ryan. Ah, dann auch mal mit dem Gast, wenn ich einen dazu kriege. Und... Tschüss. 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 Tschüss.